Im Mittelalter wurden Klöster offiziell als Zentren der Askese, des Dienstes für Gott und der Bescheidenheit betrachtet. Unabhängig davon, ob es sich um ein großes Kloster oder ein Frauenkloster handelte, waren die Regeln für Unterkunft, Lebensplan und die Liste der für alle verbindlichen Beschränkungen und Vorschriften im Wesentlichen gleich. In Wahrheit wurden die Nonnenklöster jedoch manchmal nicht zum Vorbild für ein rechtschaffenes Leben, sondern zu Zentren der Ausschweifung und sogar der offenen Kanalia. Jedes europäische Land hatte in dieser Hinsicht seine eigenen charakteristischen Merkmale. Heute werden wir Ihnen von anstößigen Momenten in Klöstern in ganz Europa im Mittelalter erzählen. Sie sehen sich unser Video an. Willkommen auf dem Kanal. Diese Skandale in Großbritannien. Eines der bekanntesten Klöster in Großbritannien mit einer unschönen Geschichte ist das Little Moor Abbey. Es wurde seit seiner Fertigstellung im 12. Jahrhundert von Flüchenheim gesucht. Nach einigen Quellen beteten die Nonnen anfangs eifrig, dass die Decke nicht auf sie einstürzen würde. Die Angst verging jedoch bald, und Gerüchte begannen in der Umgebung zu zirkulieren, immer merkwürdiger. Es scheint, als würden die Nonnen Reisende, Pilger und Ritter einladen, die Nacht zu verbringen, und dann unglaubliche und fantastische Preise für ihre Dienstleistungen verlangen. Bereits im 15. Jahrhundert wurde das Nonnenkloster zum eigentlichen Zentrum von Liebesverwicklungen, Diebstahl und anderen unschönen Szenen. Junge Männer wurden von den Nonnen gelockt und zeigten dann schlechtes Verhalten in ihren Zellen. Darüber hinaus stellten viele der Glücklichen fest, dass ihr Geld und andere Wertsachen verschwunden waren. Der exzessive Alkoholkonsum erschöpfte schnell den Weinvorrat der Kirche, sodass die Nonnen begannen, Kirchenwaren zu verkaufen, um sich Alkohol zu kaufen. Gleichzeitig lebte die Äbtissin offen mit dem Priester zusammen, von dem sie ihre Tochter bekam. Diejenigen der Nonnen, die die Protektion der Äbtissin genossen, lebten ebenfalls ohne die geringste Verschleierung mit Männern zusammen, und einige waren sogar schwanger zur Zeit der Inspektion des Bischofs. Die Inspektion selbst fand 1517 statt, als Gerüchte so hitzig wurden, dass Bischof William Edwarder gezwungen war, seinen Vertreter, Edmund Oerd, zu schicken, um die Situation zu analysieren. Der Priester war bestürzt, als er sah, dass ein Großteil des Klosterlandes entweder verpfändet oder an die Mitbewohnerin der Äbtissin verkauft worden war. Darüber hinaus würde die Äbtissin ihr Kind den Nonnen geben, wenn der Priester Untersuchungen durchführte. Es wurde entdeckt, dass mehrere Nonnen, die von der Äbtissin wegen ihrer Fehler in den Stock gesteckt worden waren, es geschafft hatten, sich zu befreien, sich gegen Katharine Wells aufzulehnen und in ein nahegelegenes Dorf zu ziehen, wo sie begannen, offen zu leben. Übrigens alle vier mit Herren. So viele Fakten wurden gesammelt, dass auf Anordnung des Bischofs das Kloster aufgelöst und geschlossen wurde, und der Äbtissin wurden Trunkenheit, Diebstahl und Ehebruch vorgeworfen. Ehrwürdige Nonnen Italiens In Italien begingen Nonnen im Gegensatz zu Großbritannien zumindest nicht offen Diebstahl. Es gibt auch keine dokumentierten Fälle des Verkaufs von Kirchengütern. Andererseits, wenn es um Vergnügen ging, ließen die Nonnenklöster Italiens selbst ihre Zeitgenossen staunen. Viele Klöster wurden tatsächlich zu Bordellen hinter dicken Mauern. In Venedig trugen die Nonnen beispielsweise in der Regel lockere kurze Kleider, und sie bedeckten ihre Ausschnitte nur während der Gottesdienste. Natürlich gab es keinen Mangel an Personen, die die Liebe einer schönen Nonne im Nonnengewand empfangen wollten. Äbte waren damit beschäftigt, die erfolgreichsten Rollen für sie zu finden. Am besten beschrieben von Alexander Perdissis in seinem Buch Das Leben und Werk von Balthasar Costa, Papst Johannes der 23. Auch die strenge Moral der Nonnenkleidung, die ihre natürliche Schönheit und Schlankheit betonte, schreckte Besucher nicht ab. Fast alle Klöster in ganz Italien hießen männliche Besucher willkommen. Ähnliche Freuden wie in Italien gab es auch in Spanien, das nicht weit hinterher hängte, wenn es um die Feinheiten eines ehrenvollen Lebens ging. Das charakteristische Merkmal war, dass sich die Nonnen der spanischen Klöster in ihrem Charakter unterschieden. Diese Spezifikation wurde von männlichen Besuchern festgelegt, die den Klöstern wahrscheinlich offizielle Namen je nach Anzahl und Art der angebotenen Dienstleistungen gaben. Die Abtei der Puppen, die Abtei der büßenden Magdalenen und so weiter. Versuche, Ordnung in Deutschland zu schaffen. Die Deutschen waren immer diszipliniert und beabsichtigten, ordentlich zu sein. Daher bemühten sich die Behörden nach besten Kräften, den großen Zirkus zu stoppen, der in einigen Klöstern stattfand. Und im Gegensatz zu anderen Ländern bestraften die deutschen Behörden die Nonnen ziemlich streng. In der Schwäbischen Alb wurde zum Beispiel die Abtei Nadensel in ein echtes Bordell verwandelt. Jeder Kunde, der sich die zarten Dienste leisten konnte, konnte die liebevollen Nonnen zu jeder Tages- oder Nachtzeit besuchen. Schließlich beschloss der Mäzen und Spender Herzog Julius von Braunschweig, der das Kloster finanziell unterstützte, dass es an der Zeit war, dem Liebesunfug ein Ende zu setzen. Auf seine persönlichen Anweisungen hin tauchte die Äbtissin buchstäblich in der Wand, den Linien, auf. Die deutschen Kirchenbehörden führten, ihrem Verdienst nach, sowohl präventive, im modernen Sprachgebrauch, als auch angekündigte Inspektionen von Klöstern durch. Es stimmt, die Ergebnisse waren oft erstaunlich. Beispielsweise wurden in der Abtei Zäflingen die meisten Nonnen als schwanger befunden. Der merkwürdigste Fall ist der des sogenannten Bordells für den Adel, wie es offiziell im Kloster Oberndorf von Stalin genannt wurde. Es wurde ausschließlich von Adligen und wohlhabenden Bürgern besucht, und seine Bewohnerinnen waren etwa zwei Zehnergruppen von Nonnen. Auch für eine sokratische Abstammung war ein beliebtes Spiel im Kloster, während eines Festes plötzlich die Lichter auszublasen. Dann hätten die Besucher und die Aufseher Liebesverkehr mit jedem, dem sie begegneten. Basil, in dem Bestreben, promiske Besucher in den Klöstern zu stoppen, beschlossen die Behörden, anders vorzugehen. Sie verboten einfach Nonnen, die Stadt zu betreten, und verhängten dann eine Strafe von zehn Goldstücken für jeden, der sich mit sündigen Absichten in ein Kloster wagte. Französische Traditionen Das Land der Liebe war nicht nur wegen des lebensfrohen Temperaments der Nonnen bemerkenswert, sondern auch wegen des authentischten Bicanalia im Geiste der römischen Zyran-Illia. Es ging sogar so weit zu sagen, dass den Nonnen laut den Regeln der Klöster von Paris kategorisch untersagt war, am Canalia teilzunehmen. Fast drei Jahrzehnte nach Erlast des Ben wurde es erneut herausgegeben, da nur wenige in den Klöstern auf die Worte der französischen Kirchenväter achteten. Interessanterweise wurden sie selbst in offiziellen Dokumenten als Verehrung des Fallos und als unsinnige Feiertage bezeichnet. Die Prohibition half jedoch wenig. Denn im Jahr 1245 berichtete der erneuerte Bischof Odin, der die rohen Klöster besuchte, dass die Nonnen dort in großem Maßstab unsittliche Freuden genossen. Auf dem Fest, Nonnen und Bordelle Der erstaunlichste Fall in der Geschichte ereignete sich im mittleren 14. Jahrhundert im erneuerten Frankreich. Auf Anordnung von Königin Joan wurden alle Huren und freizügigen Jungfrauen zusammengetrieben und in einem speziellen Kloster eingesperrt. Formal glaubte man, dass die in den Zellen eingesperrten Nonnen für ihre Sünden vor dem Herrn büßten. Tatsächlich handelte es sich jedoch um ein echtes Bordell, das unter dem Schutz der Königin betrieben wurde. Die Äbtissin selbst entschied, ob sie einen Kunden hereinlassen sollte oder nicht und in welche Zelle sie ihn schicken sollte. Gleichzeitig hatten die Nonnen im Gegensatz zu gewöhnlichen Bordellen viel weniger Freiheit und natürlich kein Geld für ihre Dienste. Fairerweise waren die Kunden verpflichtet, den Mädchen nicht zu schaden. Und, wie wir zuvor gesagt haben, dass es wirklich schockierend ist, wurden die Arbeiter selbst periodisch von einem Arzt untersucht. Aber nichts konnte helfen, das ausschweifende und abweichende Verhalten zu stoppen. Die Kanalia in den Klöstern, und nicht nur in den Klöstern, endeten erst mit dem Ausbruch der Syphilis-Epidemie, die in ihren Folgen nicht tödlicher war als die Pest. Danke für das Ansehen dieser Episode. Abonnieren Sie unseren Kanal und lassen Sie auch ein Like da. Schauen Sie sich außerdem unsere anderen Videos auf dem Kanal an.